Sehr geehrte Frau Nussberger, Magnifizenz, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie gemeinsam mit meinem Mitdirektor Thomas Rausch sehr herzlich. Ich habe die große Freude, gleich unsere heutige Referentin vorstellen zu dürfen. Ich möchte am Anfang unseren Musikern sehr herzlich danken. Wir hörten gerade von Georges Pizet die Arlesienne Suite Nummer 2 Le Castellet am Saxophon Jochen Bauer und am Klavier Franz Wassermann. Wir werden am Ende dieser Vorlesung dann von Vittorio Monti Chantas hören. Nun aber zu Frau Angelika Nussberger. Sie verfügt über Kompetenz in Multispektivität. So möchte ich die Vorstellung beginnen. In ihrem wissenschaftlichen Werk hat sie über juristische Themen gearbeitet, die weder leicht zu definieren, noch leicht durchzusetzen sind. Doch Juristinnen können sich, anders als Geistes- oder Sozialwissenschaftler, nicht damit begnügen, ihre Gegenstände zu dekonstruieren oder verschiedene Lösungen tolerant und nebeneinander auszuhalten. Als Richterin und als Vizepräsidentin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte muss man Entscheidungen fällen und damit auch den Transfer in die Gesellschaft und ins Leben gestalten. Angelika Nussberger war für diese Tätigkeit am Europäischen Gerichtshof sehr gut vorbereitet. Sie lernte schon als Studentin der Slavistik wie der Rechtswissenschaft, zwei Fächer, die sonst nicht so oft zusammen studiert werden, Slavistik und Rechtswissenschaft, in München und Straßburg verschiedene Wege und unterschiedliche Welten kennen. Als Juristin wie als Hochschullehrerin absolvierte sie nach den juristischen Staatsexamina in München und Heidelberg eine zügige, erfolgreiche Karriere. Promotion 1993 in Würzburg, wissenschaftliche Referentin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht in München, Forschungsaufenthalt in Harvard, Rechtsberaterin am Europarat. Gleich nach der Habilitation 2002 in München wurde sie als Professorin an die Universität zu Köln berufen, wo man ihr 2009 ein neu geschaffenes Prorektorat für akademische Karriere, Diversität und Internationales anvertraute. Von den zahlreichen Ehrungen nenne ich hier nur die Wahl zum ordentlichen Mitglied der dortrhein-westfälischen Akademie und Wissenschaften. 2010 wurde Angelika Lusberger zur von Deutschland entsandten Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewählt. Sie wirkte dort bis vor wenigen Wochen als Nachfolgerin von Renate Jäger und als Vorgängerin von Anja Sargott vor. Und es ist eine besondere Freude, dass ein Vorgänger, ein Vorvorgänger sozusagen auch heute unter uns war. Bei der Lektüre ihre zahlreichen Veröffentlichungen haben nicht zwei wenigen der wissenschaftlichen Schwerpunkte berührt. In der 1994 veröffentlichten Dissertation vergleicht Angelika Nussberger die Verfassungskontrolle in der Sowjetunion und in Deutschland. In der damaligen Transformation von der Sowjetunion für russische Föderation wuchsen am Ende des 20. Jahrhunderts Hoffnungen, die heute wieder in ganz anderem Licht erscheinen. Die im Zalistikstudium erworbenen Kompetenzen verhalfen der Juristin über die Jahre zu immer wieder neu vertieften Einsichten. Im Wandel zweier Jahrzehnte fing sie in einem mit Margareta Monsen 2007 veröffentlichten Buch »Das System Putin« und in einer von ihr maßgeblich verantworteten Einführung »In das russische Recht« 2010 ein. Gerne möchte ich wissen, was Angelika Nussberger heute dazu schreiben würde, zehn oder dreiviertel Jahre später. Eine kleine Schrift der Kölner Juristischen Gesellschaft von 2007 galt dem Thema »Ende des Rechtsstaats in Russland«. In der bemerkenswerten Einleitung liest man, ich zitiere, »Wichtiges ereignet sich in Russland oftmals im Verborgenen.« Dem Zuschauer erschließt sich wie bei den orthodoxen Gottesdiensten, bei denen sich das Wesentliche hinter der prächtigen goldenen Ikonostase abspielt, nur ein Teil des Ganzen. Vielfach muss erraten und rätseln. Dieser Ambivalenz des Mystischen setzt Angelika Nussberger ein klares Bekenntnis entgegen. Transparenz, auch das ein Zitat, Transparenz aber, ist ein grundlegendes Merkmal eines Rechtsstaats. Als zweite große Linie nenne ich die Arbeiten über das Völkerrecht, aus denen die 2005 veröffentlichte Habitationsschrift »Sozialstandards im Völkerrecht« hervorsticht. Zur Lektüre möchte ich Ihnen den Band »Das Völkerrecht empfehlen«, 2009 in der Reihe »Begwissen« erschienen. Prägnant sind hier die Filmwege des göttlichen Rechts, des Naturrechts oder des menschlichen Rechts beschrieben. Und am Ende dieser schönen und prägnanten Synthese steht wieder ein klares Bekenntnis, auf das zitiere ich, »Aber gerade wenn alles in Bewegung gerät und Gesichertes unsicher zu werden droht, wird Völkerrecht als Garant einer Grundordnung, die auf langjährige Traditionen gegründet und doch für Neuerungen offen ist, vonnöten sein, in der Zukunft des 21. Jahrhunderts mehr denn je.« Soweit auch dieses frägnante Zitat zur Transparenz und zum Recht. Die Spezialistin des Völkerrechts wie der Menschenrechte hat keine einfache Polizeigewalt zur Hand, die ihre Entscheidungen vollstreckt. Sie vertraut auch Vernunft und auch Überzeugungskraft. Und dafür braucht es solch klare Kenntnisse, wie sie Angelika Nussberger formuliert hat. Wir freuen uns jetzt sehr auf ihren Vortrag. Applaus WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Magnetizenz, Spektrabiles, sehr geehrte Direktoren des Massilius-Kollegs, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Europa, deine Menschenrechte. Das ist eine emphatische Überschrift. Man könnte, wenn man Europas Identität bestimmen, auch Titeln Europa, deine Kriege. An Kriegen ist die europäische Geschichte mehr als reich. Man denke an den 100-jährigen Krieg zwischen Frankreich und England, den im Simplicissimus so grausam und anschaulich geschrieben im 30-jährigen Krieg, die Völkenschlacht von Leipzig und die Schlacht von Hortelung, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, Letzteren mit Großbuchstaben geschrieben. Eine andere Alternative wäre Europa, deine Herrschaft. Damit würden wir wohl alle unmittelbar Bilder assoziieren, wie dasjenige von Ludwig XIV. mit Hermelin und Zepter in manierierter Pose. Ein Bild, das für die Idee Leta Semua steht und Strümpfhosen und Schuhe des Königs zu Staatsstrümpfhosen und Staatsschuhen macht. Oder, noch deutlicher, Europa, deine Abgründen. Blickt man von außen auf Europa, mag man auch Hexenverfolgung, Kolonialismus und Konzentrationslager als charakteristische europäische Erfindungen anziehen. Aber nein, Europa ist auf der Suche nach seiner Identität und will und soll in die Zukunft leben. In eine gemeinsame Zukunft. Da passt Europa deine Menschenrechte als reibend tief, als lockend besser. Auch wenn die Idee der Menschenrechte mit all den anderen thematischen Assoziationen eng verbunden, mehr noch die Kehrseite davon ist. Die Menschenrechte sind eine oder die Antwort auf Jahrhunderte von auszehrenden Kriegen, fehlgeleiteten Herrschern und erschreckenden Zivilisationsbrüchen. Wir haben gerade der Befreiung von Ausschuss durch die sowjetische Armee gedacht. Aber, kaum hatte man die Menschenrechte entdeckt, glaubte man, alles mit ihnen machen zu können. Nicht nur Tyrannen in ihre Schranken zu weisen und Kriege zu verhindern, sondern auch die Gesellschaft als Ganze zu erziehen, um zu einer Besseren zu machen und auf jede neue Herausforderung eine Antwort zu finden. Erfüllen oder enttäuschen die Menschenrechte, die mit ihnen verbundenen Hoffnung sind. Nutzen wir das in ihnen latent schnummerndem Potenzial oder haben wir sie übersprachanziert und missverstanden? Das ist die Frage, die sich heute mehr denn je stellt, nicht zuletzt angesichts der grundlegenden Angriffe und der Infragestellung der Idee der Menschenrechte ansehen. Aber vorab sei gefragt, ist die Idee überhaupt europäisch? Als unter der Leitung von Eleanor Roosevelt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ausgearbeitet wurde, verkaufte man sie als universell, als in alten Kulturkreisen verankert. In einer UNESCO-Studie aus dem Jahr 1948 wurden Denker aus fernen Weltregionen wie Mahatma Gandhi und Chu Shulo zu Konzepten, die in der chinesischen und rindischen Kultur unter die Überschrift Menschenrechte passen würden, befragt, um einen zu engen Ansatz zu vermeiden. An der Erstellung des Textes waren 56 Staten beteiligt. Die Endfassung trägt ebenso die Handschrift des Franzosen Romy Casson, wie das Libanesen Charles Malik. Mittlerweile gibt es rein quantitativ gesehen auf der universellen Ebene sicherlich mehr Instrumente zum Menschenrechtsschutz als auf der europäischen Ebene. Und nicht nur Europa, sondern auch andere Weltregionen sind stolz auf ihre Kodifikationen, die Afrikaner, die Araber und Südamerika. Ist die Europäischheit der Menschenrechte, also eine Erfindung, mehr Wunsch als Wirklichkeit? Gut, kaum. Auch wenn der Tambo in Paris getanzet wird, so stammt er doch aus Argentinien. Übertragen auf unsere Fragestellungen, auch wenn die Idee der Menschenrechte in den Vereinigten Staaten in die Verfassung integriert wurde, auch wenn sie in alle Welt ausgestrahlt hat, so ist sie doch eingebettet in die europäische Geschichte, ist sie verbunden mit der Philosophie der Aufklärung und der französischen Revolution. Für die USA, wie für alle anderen, bleibt sie ein Exportprodukt. Zudem hat Europa pragmatisch zu packen nach dem Zweiten Weltkrieg etwas gemacht aus der Idee. Hat sie für einen, und das ist das besondere, grenzüberschreitende Neuempfang. Es war ein Bekenntnis, feierlich niedergelegt und feierlich wiederholt, in allen Präambeln, die man von Freundschafts-, Partnerschafts- und Kooperationsverträgen bis hin zum Gründungsvertrag der Europäischen Union voranstellen konnte. Wir glauben an Menschenrechte. Aber das war ein Genüchte, man wollte aus dem Bekenntnis einen Werkzeug machen. So hat man einen Gerichtshof geschaffen, einen Wächter und Interprinzip. Dieses Modell existiert wohl seit fast zehn Jahrzehnten. Es wurde erweitert und verfeinert. In der ersten Menschenrechtsqualifikation der Europäischen Menschenrechtskonvention aus dem Jahr 1950 hat man im Jahr 2000 eine zweite an die Seite gestellt, die Europäische Grundrechte kam, sodass nunmehr auch zwei Gewichte über Grund- und Menschenrechte judiziert wurden. Die Frage aber ist, haben die Menschenrechte gehalten, was sie versprochen haben? Und damit komme ich zum ersten Punkt, Menschenrechtsschutz und Krieg. Die erste Herausforderung ist eben Europa und seinen Krieg. Welche Antwort hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auf der Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention darauf gegeben? Grozny, Oktober 1999. Krieg zwischen der russischen Armee und tschetschenischen Widerstandskämpfern. Ein Krieg, der nicht Krieg genannt wird. Zumindest hat sich Russland nicht auf Artikel 15 EMHK die entsprechende Regelung zum Notstand gerufen. Am 26. Oktober 1999 werden heftige Luftangriffe auf Trossen geflogen. Der Rundfunk meldet, am 29. Oktober werde für Zivilisten ein Korridor geschaffen, auf dem man sicher nach Ingushetien gelangen könne. Ein großer Konvoi für Zivilisten setzt sich in Bewegung, wird aber an der Grenze zwischen Tschechien und Ingushetien vom russischen Militär am Weitergehen gehindert. Als nach einigen Stunden Wartezeit bekannt gegeben wird, man könne die Grenze an diesem Tag nicht mehr passieren, kehren die Menschen um. In dieser Situation des Durchalanders fliegen russische Flugzeuge über den Konvoi und werden Bomben. Medka, Tschutschujana, Isaymas Kinder und Schwiegertochter werden getötet, sie selbst verletzt. Am 25. April 2000 wendet sie sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und macht eine Verletzung des Rechts auf Leben nach Artikel 2 EMHK gelbend. Die russische Regierung argumentiert, der Einsatz von Gewalt sei nach Artikel 2 Absatz 2a gerechtfertigt gewesen, da sich unter die Zivilisten tschetschenische Kämpfe in gestecken und ihre Tötung eine militärische Notwendigkeit gewesen wären. Alleine schon die Tatsache, dass über eine derartige Frage vor einem europäischen Gericht im Jahr 2005 debattiert wird, ist eine Sensation. Der Krieg, noch mehr das Leiden Einzelner wird auf die Bühne des Rechts gebracht. Beginnungen zum Schutz von zivilisten militärischen Konflikten gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Wir regeln das humanitären Völkerrecht, die auf die Initiative des Schweizers en Vignau zu beginnen und in mehreren Schweden beginnend mit der Genfer Konferenz 1863, dann bei den Haaren Friedenskonferenzen 1899 bis 1907, nach dem 2. Nächsten 1949 und 1977 godifiziert. Aber kein Gericht hat man die Kompetenz zu erkennen, über die Einhaltung der Norm zu Wachen und Verletzungen zu monieren. Nunmehr aber diskutiert Medka Chuchuyevna Isalwa, eine einfache Frau aus Tschetschenien, ein Opfer unter Tausenden, vor einem mit Richtern aus 47 verschiedenen Ländern zusammengesetzten Gericht über Recht und Unrecht im Krieg in Tschetschenien. Und sie gewinnt, der Gerichtshof gibt ihr Recht. Die russische Regierung hatte sich im Verfahren geweigert, die relevanten Dokumente zur internen Aufklärung des Falles zur Verfügung zu stellen. Daher konnte der Gerichtshof nicht abschließend beurteilen, ob der russische Angriff, wie von der Konvention gefordert, einen legitimen Zweck, hier den Schutz der Menschen vor der rechtswidrigen Gewaltausfügung der tschetschenischen Kämpfer verfolgte. Er argumentierte aber, dass selbst wenn man einen geartigen legitimen Zweck unterstellte, der Angriff nicht mit der nötigen Sorgfalt für den Schutz des Lebens der Zivilisten geplant und durchgeführt worden sei. Es gäbe noch nicht einmal entsprechende Regeln. Russland wurde wegen einer Verletzung von Artikel 2 im Akatsrecht auf Leben verurteilt und musste 25.000 Euro im materiellen Geschaffensersatz zahlen. Dieses Ergebnis wird ausführlich begründet. Der Gerichtshof geht in Detail auf die Planung der Aktion ein und weist nach, dass die Gefährdung des Lebens der Zivilisten, die der Militärführung bekannt sein musste, den Piloten nicht ausreichend kommuniziert worden war und letztlich das Schicksal der Zivilisten bei der Entscheidung zur Gewaltanwendung auch keine Worte spielt. Vergleichbare Entscheidungen gibt es viele. Ebenso wie es in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg noch viele kriegerische Auseinandersetzungen gab. 1974 kämpften die Türken gegen die griechischen Zyprioten und besetzten das Land. Von 1999 bis 2009 forderte der überaus grausame Zweitenkrieg in Tschetschenien, geschätzt 100.000 zivile Opfer und kostete 10.000 Soldaten das Leben. Der bewaffene Konflikt zwischen Russland und Georgien im Jahr 2008 ist als Fünftagekrieg in die Geschichte eingegangen. Russland hat im Jahr 2014 die Ukraine, die Krim annektiert. Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Donbass-Gebiet dauerlang. Ähnliches lässt sich von dem Streit im Lagon in Karabach sagen. Auch hier ist es eher eine Waffenruhe als ein Fliegen und gibt immer wieder Tod. All dies geschieht unter der Ägide der Europäischen Menschheitskonvention. All dies sind Auseinandersetzungen zwischen europäischen Staaten, die anders als zum Nachfolgestatten von den ehemaligen Russlanden, an die Konvention gebunden sind. Zudem greifen europäische Staaten außerhalb der Europäischen Union ein, in Irak, in Afghanistan, in Syrien, in Mali, am Horn von Afrika vor der Küste Somalis die Liste ist zu lang, um alle Brandorte aufzusehen. Dann komme ich zu der entscheidenden Frage. Haben die Menschenrechte den Krieg in den Banken schlagen und eingehegt? Verhindern konnte das Menschenrechtssystem kein mehr. Es gab Versuche, aber sie waren nicht erfolgreich. So suspendierte man das Verfahren um die Aufnahme der Russischen Föderation in den Europara im Jahr 1995 aufgrund des ersten Tschetschenien-Kriegs und machte Frieden für die Bedingung für die Aufnahme im Jahr 1996. Die MAK wurde 1996 unterzeichnet und trang 1998 in Kraft. Nichtsdestotrotz brach 1999 der Zweite Tschetschenien-Krieg aus. Ein zweites Beispiel ist der Fünftage-Krieg. Als russische Truppen in Georgien einmarschierten, nachdem die georgische Truppen in Süd-Ossetien angegriffen hatten, beantragte Georgien beim Europäischen Gerichtshof eine Anentscheidung auf der Grundlage des Rechts auf Leben und forderte eine Anordnung, weitere Angriffe zu unterlassen. Der Gerichtshof richtete eine entsprechende Eilentscheidung gegen beide Staaten, allerdings ohne der Grund. Wirksam ist vielleicht das indirekt auch auf der EMRK beruhende Rechtsschutzsystem in Bosnien-Herzegowina. Dort ist die Konvention Teil der Verfassung und wird von neun Richtern, zwei Bosniaken, zwei Korn, zwei Serben und drei internationalen Richtern durchgesetzt. Damit wird seit dem Ende des Krieges ein fragiler Frieden gewählt. Aber das eigentliche Instrument zur Friedenssicherung ist natürlich nicht die EMRK, sondern die UN-Kaser mit dem Gewaltverbot. Im Bannschlagen konnte die EMRK den Krieg daher nicht. Er konnte sie ihn einheben. In Fällen zum Einsatz militärischer Gewalt, aber auch bei sonstigen Menschenrechtsverletzungen während bewaffneter Konflikte, etwa bei spurlosen Verschwinden von Menschen, bei Folter und unmenschlicher Behandlung nicht nur von Zivilisten, sondern auch von Militären Behörden, Eigentumsverletzungen, ist der Gerichtshof zuständig, über die an den herangetragenen Beschwerden zu entscheiden. Soweit möglich wird Unrecht verurteilt. Die Kompensationen haben sicherlich eher eine symbolische Wirkung, aber sie sind nicht nichts. Dass derartig Urteile den Opfern helfen können, das Geschehen zu verarbeiten, dürfte nicht zu bezweifelt sein. Im besten Fall dürfen die Urteile über den Einzelfall hinaus und geben Orientierungslinien hervor. Sie können etwa in Militärhandbücher eingehen. Das wäre bereits ein großer Erfolg, da sie dann in zukünftigen Einsätzen beachtet werden. Das Wichtigste aber ist, dass mit der EMAK ein Bewusstsein für die Fortkältung der Menschenrechte im Krieg geschaffen wird. Nicht nur das humanitäre Völkerrecht, sondern auch die Europäische Menschenrechtskonvention gilt in Bewaffnetenbekämpfen. Letztere zählen, weil es einen Gerichtshof gibt, der sie durchsetzt. Russland hat in dem erwähnten Fall ebenso wie in vielen anderen Ländern Kompensationen an Opfer gezahlt. Ebenso wie andere Mitgliedstaaten ihrer entsprechenden Pflicht nachgekommen sind etwa Großbritannien, das wegen der unzureichenden Aufklärung von Todesfällen von Sivilisten in ihr Klagkrieg beurteilt werden. Aber mehrere Staaten haben sich gerade in heiterem Wählen von Krieg und Frieden auch manches Mal gefeiert, den Urteilen Folge zu leisten. Dies insbesondere in den Urteilen auf der Grundlage von zwischenstaatlichen Verfahren, in denen nicht einzelne geklagt haben, sondern ein Schlag gegen den anderen vorgegangen ist. So hat die Türkei auf ein Urteil des Gerichtshofs aus dem Jahr 2014, in dem sie verurteilt worden war für die Nichtaufklärung des Verschwindens von 1456 Menschen im Zykantrieb in den 70er Jahren, 90 Millionen Euro an Familienangehörigen zu zahlen, mit einem Konten misslosen, nein, reagiert, bis heute hat sich dies nicht geändert. Ja, man kann behaupten, der Gerichtshof habe auch die Frage, Europa, wie steht es mit deinen Kriegen, eine Antwort gegeben. Aber es ist eine Antwort, die so manche nicht hören wird. Auch kann der Gerichtshof nur in wenigen Einzelfällen helfen, in denen mutige NGOs oder Rechtsanwälte den Opfern zur Seite stehen. Mir ist nicht bekannt, dass etwa Bombardements von Zivilisten in Syrien vor den Gerichtshof gebracht werden. Hinter den Ergebnissen, die ich referiert habe, stehen die übrigen hochkomplexe Rechtsfragen. Etwa nach dem Umfang der Jurisdiktion, steht ein Staat nur Flugzeuge, aber keine Bodentruppen, bietet dann Herrschaftsmacht über das Territorium des anderen Staates aus. Oder auch nach der Zurechnung, wie weit ist ein Staat eigenverantwortlich, wenn er unter dem Mandat der UNO oder der NATO hat. Zudem sind die Beweisfragen schwierig, sodass oftmals nicht das Unrecht an sich, sondern nur die Mangel der Aufklärung gemügt werden soll. Auch kann Geld natürlich nur bedingt helfen. Die Erfüllung weiterer, in den Urteilen festgelegter Pflichten, wie die Aufklärung des Verschwindens von Menschen im Krieg, bleibt oftmals desideraten. Aber, geht es um die Einfliegung des Krieges, sind kleine Erfolge, große Erfolgschaften. Europa mit deinen Menschen möchten? Hast du das gut gemacht? Belagert sogar besser als erwartet. Darin kommen wir zum zweiten Punkt, Menschenrechtsschutz und illiberale Herrschaft. Die zweite Herausforderung lässt sich unter die Überschrift Europa deine Herrscher stellen. Was vermag der Gewichtshof gegen illiberale Herrschaft auszurichten? Nach einer demokratischen Hoffnungszeit, in der man annahm, das demokratische Modell habe seine Alternativlosigkeit mit dem Fall der Mauer und der Neuorientierung der kommunistischen Regime erfolgreich unter Beweis gestellt, hat die Demokratie plötzlich Antrimutie bekommen, etwa gelenkte Demokratie in Russland oder illiberale Demokratie in Ungarn, in der Russland und in Europa. Bei Aserbaidschan kann man inzwischen wohl bereits von einer nur noch auf dem Papier Demokratie sprechen. Wie ist der EGMR damit umgegangen, welche Antworten hat er gegeben? Der EGMR hat die Möglichkeit, rote Karten zu verteilen. Die wirksamste rote Karte ist die Verurteilung wegen exklusiven politisch motivierten Machtmissbrauen nach Artikel 918 der Konvention. Die Zahl dieser Fälle hat in den letzten Jahren eklatant zugenommen. Dies ist ein Spiegel der Sorge des Gewichtshofs, dass die Mitgliedstaaten nicht nur im Einzelfall Menschenrechte verletzen, die sind für alle Mitgliedstaaten, sondern dass sie ganz grundsätzlich nicht mehr bereit sind, sich an dem Unmittel zu halten. Während die Rechtsprechung zu derartigen Fällen von Machtmissbrauch über lange Jahre sehr zurückhaltend war, im Fall Khodorkowski etwa hat der Gerichtshof von einer Verurteilung nach Artikel 18 abgesehen, hat er mittlerweile die Schwelle gesenkt und sowohl mit Blick auf die Beweise Anforderungen als auch mit Blick auf den Umfang des Machtmissbrauchs Artikel 18 häufiger angewandt. Hat er ursprünglich gefordert, dass die gesamte Machtmaschinerie, Staatsmaschinerie, von Anfang bis Ende ausschließlich zu einem von der Konvention nicht gedeckten Zweck eingesetzt worden sein müsste. So hat er später auch Mischfälle anerkannt, etwa wenn gegen einen ehemaligen Regierungschef und ein Oppositionspolitiker ein Strafverfahren wegen eines berechtigsten Verdachts einer Strafverfahren eingeleitet wird, dann aber dazu Missbrauch wird, ihn politisch auszuschalten. Inzwischen hat der Gerichtshof 15 Urteile auf der Grundlage von Artikel 18 gefehlt, fast 75 Prozent davon in den letzten fünf Jahren. Sechs Artikel 18 Urteile, von denen fünf rechtskräftig sind betreffend Aserbaidschan, drei Russland, zwei die Ukraine, eines Georgien, eines Moldawien und zwei allerdings noch nicht rechtskräftige Urteile in der Türkei. Und auf die Türkei möchte ich in Folgen auch eingehen, um die menschenrechtliche Auseinandersetzung mit einem zunehmend als illiberal charakterisierten System zu erlauben. Der große Einschlag in der politischen Entwicklung der Türkei im letzten Jahrzehnt war der Putschversuch im Jahr 2016. Er hat etwa 250 Todesopfer und über 2000 Verletzte gefordert und die Gesellschaft zweitlos traumatisiert. Was daraus eine umfassende Strafverfolgung der Putschisten und ihre Anhänger folgen würde, versteht sich von selbst. Kritisiert wird aber, dass der Putsch genutzt worden sei und in Bausch und Boe gegen alle potenziellen Gegner von Präsident Erdogan wird. So also argumentieren etwa die dritte Intervinden, in jüngst entschiedenen Fall Kavala gegen die Türkei, ich zitiere, Die Rolle des EGMR bei der Bewältigung der auf den Putsch folgenden Menschenrechtsverletzungen wird überliegend sehr kritisch gesehen. Dies vor allem aufgrund der 2016 und 2017 gefällten Unzulässigkeitsentscheidungen, mit denen der EMR die betroffenen Beschwerdeführer an die in der Türkei zur Verfügung stehenden Instanzen, die auf Anregung der Medikommission und Parlamentarischen Versammlung des Europarats, neu geschaffenen Kommissionen, die Verwaltungsgerichte sowie das türkische Verfassungsgericht verwiesen haben. Diese Rechtsprechung folgt schließlich dem Subsidiaritätsgrundsatz, nachdem der EMR erst und nur dann zuständig ist, wenn alle innenstaatlichen effektiven Rechtssügel erschüttert sind. Gestritten wird aber darüber, ob Rechtssügel in der Türkei nach dem Putschversuch überhaupt noch als effektiv angesehen werden können, nachdem eine große Zahl der Richter und sogar Richter des türkischen Verfassungsgerichts entlassen worden waren. Aber während der Gerichtshof bei den oben genannten Tschetschenien-Fällen davon ausging, dass die Beschwerdeführer in Russland in der Tat kein effektives rechtsmedizinische Verfügung hatten und sich daher unmittelbar an Straßburg wenden konnten, wurden die türkischen Beschwerdeführer darauf an diesen ersten türkischen Instanzen zugewählt laufen. Anders als in Russland sei es hier nicht aussichtslos, Abwege zu erlangen. In der Tat waren nach Angabe von Human Rights Watch mittlerweile beispielsweise 2300 von 36.000 Beschwerdeführern, die ihre Arbeit verloren haben, erfolgreich und wurden wieder eingestellt oder entschämt. Auch in einigen spektakulären Fällen, wie bei dem Schöneristen Sahin Alpay und bei dem Hassan Alta, hat das Verfassungsgericht zu ihren Homisten entschieden. Die Subsidiarität des Europäischen gegenüber dem nationalen Rechtswidrig ist eine konditiosine Quarmonen für den Mitgliedstaaten, um die Urteile des EGNR zu akzeptieren. Erst einmal muss ihnen selbst die Möglichkeit gegeben werden, potenzielle Menschenrechtsverletzungen wieder gut zu machen. In Extremfällen wie bei der Verhaftungsfälle nach dem Pulsversuch schwächt es zweifellos die unmittelbare Wirksamkeit des Stützmechanismus deutlich ab. Die Kritiker scheinen daher daran zu zweifeln, ob der Gerichtshof überhaupt seine Vision erfüllen kann. Ich zitiere The European Court of Human Rights is not a trial to ensure the change of non-democratic countries into democratic ones. The court is conceived to require small declarations from the rule of law in Turkey, Azerbaijan, and Russia. These are non-democratic countries. The court can't help them. The free act of the law is not just an example. An dieser Kritik ist, dass ein Gericht, Intellektual, eine Situation wie diejenigen in der Türkei nicht einfach so reparnieren kann. Aber die Wirkung sieht man doch, wenn man ihn wegwägt. Dann gäbe es keine Urteile wie Alpay, Sahin Alpay in die Türkei, Mechmed Hasman, Hassan in die Türkei und Alpay Salat in die Türkei, die sich detailliert mit den Folgen des Kutschversuchs in der Zeit des Ausnahmezustands auseinandersetzen und die Türkei zur Schadensersatzzahlung und im Fall von Sahin Alpay sogar zur Freilassung verpflichten. Und es gäbe auch keine Urteile wie Kavala in die Türkei und Demetaj in die Türkei zum Machtmissbrauen bei der Inhaftierung von Oppositionspolitiker und Menschenrechtsaktivisten. Kavala ist ein Milliardär und Philanthrop, in gewisser Weise der türkische Schorsch, der eine Vielzahl von Regierungen gegenüber kritisch eingestellten NGOs in der Vergangenheit unterstützt hat. Seit nunmehr drei Jahren sitzt er selbst in Haft. Vinetaj ist der kurdische Oppositionsführer, der kurz vor der Parlamentswahl inhaftiert wurde, nachdem seine Partei bei den vorausgegebenen Wahlen die 10% über die Übersprung hat. Die zu diesen Beschwerden ergangenen Urteile sprechen eine sehr klare Sprache. So heißt es etwa im Urteil Kavala gegen die Türkei, dass die willkürliche Inhaftierung Kavalas nicht nur für ihn selbst und andere Menschenrechtsverteidiger und NGO-Aktivisten relevant sei, sondern die Demokratie als solche treffe. Kavala ist allerdings immer noch nicht frei. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und wird aller Wahrscheinlichkeit nach von der großen Kammer angebrochen werden. Außerdem betrifft es nur die Untersuchungshaft. Inzwischen ist er verurteilt worden. Und neben Kavala sind weiter geschätzt 175 Journalisten in Untersuchungshaft oder wegen Terrorismus verurteilen. Die Türkei steht nach der Liste von Reporter ohne Grenzen auf Platz 157 von 180 Ländern. Damit stellt sich auch hier die Frage, wie wirksam ein Menschenrechtsgericht sein kann, wenn ein System politisch kippt, wenn große Teile der Bevölkerung einen Anti-Menschenrechts-Kurs der Regierung unterstützen oder dagegen machtlosen. Es gibt ein Beispiel in der europäischen Geschichte, dass sich ein ungerechtes Regime aus dem Menschenrechtssystem gelöst hat, um sich keine Verurteilung einzuhalten. Das Regime der Obristen. Griechenland trat unter der Militärdiktatur von 1967 bis 1974 aus der Konvention aus. Dies ist jederzeit rechtlich möglich. Mit einem Ausdritt ist aber erst einmal jede Einwirkungsmöglichkeit verloren. Allerdings hat dies auch entlarvende Wirkung. Der Ausdritt hat zumindest einen immensen Immensschaden. Da ist kaum überzeugt, sich einem Kontrollsystem zu entziehen und gleichzeitig zu behaupten, die Menschenrechte hochzuhalten. Nichtsdestotrotz ist auch nicht zu leugnen, dass unter dem Deckmantel der Konvention so manches gedeiht, was auch bei einer weiten Begriffsdefinition nicht mehr als demokratisch zu bezeichnen ist. In einer Reihe von mittel- und osteuropäischen Staaten ist die jeweilige Regierung inzwischen mehr oder weniger alternativlos geworden, nachdem sie die oppositionellen Strukturen mit legislativen und exekutiven Maßnahmen erfolgreich aus dem politischen Prozess verbrängt und analysiert hat. In einer derartigen Situation wäre es naiv, von einer Institution wie dem EGMR zu erwarten, er könne die Situation drehen. Was er aber kann, ist, entsprechenden Regimen Nadelstiche zu versetzen. Urteile, seien sie auf Artikel 18 geschützt oder auch Artikel 10, Einungsfreiheit, Pressefreiheit oder Artikel 5, das Verbot der nichtkündigen Verhaftung, seien an Einzelfällen das Unrecht der repressiven Maßnahmen auf. Nadelstiche sind besser als nichts, aber sie reichen eben auch nur, um die hehren Hoffnung, die mit der Schaffung der Konvention verbunden waren, einzulösen. Gewalthehrschaft und Diktatur werden mit dem Stempel Unrecht allein nicht einzudämmen sein. Bestimmte Entwicklungen extra an den Prager zu stellen, mag aber helfen, ihnen Einheit zu gebieten, bevor die Road to Unbefrieden zur Einbahnstraße geht. Damit komme ich zum dritten Komplex, Menschenrechtsschutz mit Achtung der Würde der menschlichen Personen. Geht es um die Antwort des Gerichtshofs auf die dritte Charakterisierung Europas unter der Überschrift Europa bei Abgründen, kann ich mich auf eine kurze Skizze beschränken. Assoziiert man Europa mit Exzessen wie die Hexenverfolgung, die Polonialisierung oder die Kassettes, so ist der gemeinsame Männer dabei die Missachtung des Anderen, auch die Missachtung des Fremden, letztlich eben die Aperkennung der Menschenwürde. Hier lassen sich unzählend viele Beispiele in der Rechtsprechung des EGMR finden, die sich dem entgegenstellen. Verwiesen seien man auf die Rechtsprechung zugunsten der Homosexuellen oder auf die Rechtsprechung zugunsten der Strafgefangenen, denen, gleich welche Untaten sie auch geklangen haben mögen, eine menschenwürdige Behandlung zugesichert wird. Für die Hilfe von NGOs ist es in der Tat gelungen, das im Allgemeinen verborgene Leiden von Menschen hinter Mauern und hinter Gittern ans Licht zu bringen. Beispielhaft genannt sei der Fall Stanilow gegen Vulgate in der Fall eines nicht geisteskranken, aber etwas verwirrten Mannes, den seine Familie in einem, in der Tat, fast einem KZ-gleichen Krankenhaus in den vulgarischen Bergen gebracht hat, aus dem er sich aus eigener Kraft nie wieder hätte befreien können. Nicht zuletzt deshalb, weil der Direktor des Etablissements auch sein gesetzlicher Vorgang war. Dasselbe gilt für Zustände in Flüchtlingsheimen. Auch hier hat der EMR immer wieder einen menschenwürdigen Umgang angemahnt und, wenn gut, wenn nicht mit Eil an Ordnung, Abhilfe zu schaffen versucht. Weder ein europäisches Gericht noch die Nationalgerichte werden in der Lage sein, alle Abgründe in einer Gesellschaft auszuleuchten. Dennoch, massive und systematische Missstände, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu beklagen waren, sollte unter der Konvention nicht möglich sein. In jedem Fall steht dafür ein effektives Hilfsmitglieder. Europa, deine Kriege. Europa, deine Herrscher. Europa, deine Abgründe. Können die Menschenrechte auf die Schattenseiten der europäischen Geschichte neue Antworten geben? Ja. Sie sind ein europäisches Markenzeichen. Wir sind zu Recht stolz auf das Erreichte. Wir feiern zu Recht dieses Jahr das Kirchengestehen der EMRK. Die Menschenrechte sind Inspiration für viele. Beispielsweise studieren und studieren der japanische Supreme Court, der indische Supreme Court, die Entscheidungen des EMRK. Dennoch sind weder die Menschenrechte im Allgemeinen noch die europäische Menschenrechtskonvention im Besonderen ein Wunder. Und sie stehen zwischen dem Unnationalismusanspruch, von dem die soeben geschütterten drei Anwendungsgebiete Zeugnis ablegen, und der Vorstellung, sie wären nicht nur vom Zeitgast abhängig, sondern würden ihn mitgestalten. Und damit kommen wir zu der Kritik an den Menschenrechten. Ein internationales Gewicht, das auf der Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrages mit sehr offenen Begriffen, nicht nur den Verbot der Folter und Recht auf Leben, sondern auch Respekt für Privatleben oder Schutz der Familie erarbeitet, entfaltet eine bemerkenswerte Eingewirrung. Was ist Respekt für das Privatleben? Auch die Verweigerung der Registrierung einer durch Leihmutterschaft vermittelten Geburt? Auch die Gewährung einer ausreichenden Invalidenrente, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können? Auch der Schutz von Lernbelästigungen beim Flugverkehr? Antwortet man auf all diese Fragen ja, schließt man im Grunde das gesamte Familienrecht, Sozialrecht und Umweltrecht mit an. Letztlich lässt sich dann jedes Rechtsproblem auch als Menschenrechtsproblem konstruieren. Eine dynamische Interpretation entsprechen sich Änderungen und Gegebenheiten, etwa mit der Anpassung des Begriffs Familie an neue Entwicklungen, ermöglicht es auf immer neue Fragen, immer neue Antworten zu geben. Dies aber ist die ursprüngliche Aufgabe von Politik. Damit überschneiden sich die Bereiche, die eigentlich als getrennt konzipiert werden. Indem der Gerichtshof zu den heitesten, rechtspolitisch umstrittensten Reformvorhaben auf der Grundlage von Einzelbeschwerden entscheidet, wird er zu einem mächtigen, für Kritiker nicht legitimierten politischen Player, zieht den demokratisch gewählten Gesetzgeber Grenzen. In der Gegenwart scheint die Stimmung in allen Mitgliedstaaten, der dem dynamischen Menschenrechtsrechtsprechung gegenüber, am Kippen zu sein. Allen Verdiensteten zum Trotz, wird die Ehemann nicht nur von denen, von denen wir es erwarten, in gewissermaßen natürlichen Feinden, sondern auch von jenen, von denen wir es überhaupt nicht erwarten würden, ihren langjährigen Unterstützern anheben. Im Vordergrund der Kritik steht die Besorgnis vor einer übermäßigen Fremdbestimmung, der hier unterschiedlichen Dynamiken unterliegenden nationalen Gemeinschaften und der Widerstand gegen eine europäische Vergemeinschaftung. Die Angriffe sind prinzipiell kategorisch oder inhaltlich im Kontext gegeben. Es mag als aufschlussreich gewertet werden, dass sich unter den besonders heftigen und auch einflussreichen Kritikern des Menschenrechtsschutzes in Europa mehrere englische Höchstwichter finden. Wie etwa Lord Hoffmann, früher Präsident von Amnesty International und Lord Sancho, Richter und Historiker. Ihre Kritik zieht ab gegen die aktuelle Form des Menschenrechtsschutzes, lässt aber doch auch Elemente einer ganz grundsätzlichen Ablehnung-Haltung erkennen. Etwa eines, die erinnert an die Haltung eines Jeremy Bentham, der Menschenrechte Nonsense on Stills genannt hat. Bentham's Ausspruch, Menschenrechte zu verteidigen, gleiche Teaching Grandmothers Sucking Eggs ist in England, anders als in Deutschland allgemein bekannt, und zeigt die Popularität und die Wirklichkeit einer weisenden Kritik an den Menschenrechten, die sich gleichermaßen im öffentlichen Diskurs in den Zeitungen umgeschrieben hat. Weißen ist auch die Kritik von Lord Sancho in seiner jüngsten Veröffentlichung unter dem Titel Trials of the State, in der ein ganzes Kapitel Human Rights and Human Rights mitwirkt. Er argumentiert, dass es nur einen kleinen Kreis tatsächlich fundamental geregelt werden können, die durch Gerichte zu schützen seien. Im Übrigen seien alle Wertkonflikte einer Gesellschaft ausschließlich im politischen Prozess und nicht um Gerichte zu entscheiden. Ansonsten sei es Totalitarismus. Er verwendet explizit diese Verführung. Nun ist, so überspitzt die Kritik Seilmann, doch ein gewisser wahrer Kern auszumachen. Wird mit der Konvention ein Leitfaden erstellt, was in einer Gesellschaft akzeptabel oder inakzeptabel ist, der Neustart ist necessary and a democratic society, so wird Politik nicht nur mit Blick auf eklatante Menschenrechtsverschleute verwacht, sondern ganz allgemein moralisiert. Non-necessary wird als Menschenrechtsverschleute und damit schmerzt etwas dafür. Zudem besteht ein rechtlicher Zwang zur Umsetzung dieser moralischen Entscheidungen. Der demokratische Entscheidungsprozess wird damit verengt. Viele Optionen stehen als nicht-männischen Rechtsanform nicht mehr zur Verfügung. Dies ist insensommer dann problematisch, wenn die moralischen Inhalte wechseln, wie die Reizthemen, Todesstrafe, Gleichstellung von Homosexuellen, Gleichstellung von unehelichen Kindern, Akzeptanz von Militärdienstverwaltung, Akzeptanz von Abtreibung, Verbot von Blassfüllen und Ähnliches zu sein. Es ist eine europäische, historische Konstante, immer wieder neue Modelle zu entwickeln, um nicht nur den Staat und seine Funktionsweise zu verbessern, sondern auch die Gesellschaft und den Menschen zu erzielen. Man denkt an verschiedene Ansätze, vom Christentum über Ressourcen, bis zum Komunisus, bis zum Komunisus. Die Menschenrechte werden in ähnlicher Weise zu instrumentalisieren versucht. Instrumentalisieren oder eine Instrumentalisierung ist. An dieser Erweiterung ihrer ursprünglichen Funktion scheiden sich die Geister. In erster Linie nicht aus inhaltlichen, sondern aus prinzipiellen Geistern. Letztlich geht es um den unverautonomen, voraussetzungslosen Entscheidens. Daher auch Lord-Sumptons totalitarismusvorwurf gegenüber inhaltlichen Eingrenzungen des demokratischen Prozesses. Es macht einen Unterschied, ob eine demokratische Mehrheit die Todesstrafe aus eigener Überzeugung abschaltet, oder ob man damit eine aus den Menschenrechten entwickelte, nicht aber ab wie ohne vorgegebenen Pflicht einlöst. Allerdings ist es auch eine Fiktion anzunehmen, Politik könne völlig frei, entscheiden, sie bewegen sich immer in einem von verfassungsrechtlichen und völkerrechtlichen Vorgaben abgesteckten Rahmen. Über die enge und Weite des Rahmens mag man diskutieren, nicht darüber seine Existenz. Auch kann der Rahmen nicht statisch sein, werden neue Werte, wie eben die Abschaffung der Todesstrafe oder die Gleichberechtigung nicht-ehnlicher Kinder, im Konsens als neue Inhalte angenommen, können auch sie in diesem verfassungsrechtlichen Rahmen mit eingeschrieben werden. Im Übrigen ist die Antwort des Gerichtshofs auf die Kritik eine differenzierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage des sogenannten Martial of Appreciation, der bei manchen grundlegenden Fragen unterschiedliche Antworten in den jeweiligen nationalen Gesellschaften zulässt. Wegen dieser prinzipiell-kategorischen Kritik, die eine Verengung des demokratischen Entscheidungsfindraums nominiert, gibt es auch eine inhaltlich kontextgebundene Kritik, bei der, man staunt und erstaunt ihn nicht, die Trennung Ost-West-Universität ist. Je mehr auf der Grundlage der Menschenrechte in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse eingegriffen wird, desto mehr wird deutlich, dass tiefe Uneinigkeit nicht erst bei letzten Verästelungen, sondern bereits bei den Grundkonzepten besteht. Ein Faktor, das über Laminade übertüncht wurde. Die Reformen in Ländern wie Kugeln, Ungarn, Russland, um die Main-Influencers zu nennen, für andere Staaten in diesen ähnlicher Weise, machen die Bruchlinien deutlich. Nach dem Ende des Kommunismus als Großalternative zum liberalen System, kopierte man in Osteuropas das westliche Modell. Es schien in den 90er Jahren alternativlos zu sein. Die Erfolge des Westens waren Blenden. Der Westen war Sehnsucht zu Ort für jene, die eingezwängt in enge Kommunalgruppen mit falschen Versprechungen aufgewachsen waren. Sie waren bereit, neue Modelle in Toto allein deshalb zu nehmen, weil der Output gefiel, ohne darüber nachzudenken, ob auch die Prämissen stehlen. Ivan Kastner und Stephen Holmes haben in ihrem Buch The Light That Fail gerade den Widerstand gegen die Überrunkelung mit einer angeblichen Alternativlosigkeit als einen Grund dafür ausgemacht, dass sich nunmehr Gesellschaften drehen und selbstbewusst eigene, andere Wertvorstellungen in den Vordergrund stellen. Es gibt ein japanisches Sprichwort, nach dem der Einzelne ungern ein Nahe sei, der aus der Wand herausgabt. Das indiziert das Ideal einer homogenen Gesellschaft, in der sich der Einzelne gerne einfühlt. Aus der EMRK ergibt sich genau die entgegengesetzte Sicht. Damals ist eine auch Pluralismus, Toleranz und Offenheit beruhende Gesellschaft erschwieenswert. Pluralism, Toleranz und Open-Mindedness sind die leipotypisch der politischen Lagenwörter, die in der Rechtsprechung schon in der Frühzeit nachzuweisen sind. Die beiden Modelle verweisen auf eine grundsätzlich unterschiedliche Welt. Differenzen zwischen Menschen bestehen. Dies kann man betonen und positiv finden und die ideale Gesellschaft darauf aufbauen bestimmen. Im Westen gibt die Abkehr von homogenen, volksbegrifflichen Richtungen vor. Letztere wäre das Irrweg und Grundübel, der sich im 20. Jahrhundert übersteigenden Erbes des 19. Jahrhunderts bestanden. Oder aber man kann die Differenzen kaschieren, weil man sorgend auf einem Auseinanderdreifen der Gesellschaft hat. Dieses Modell legt Pluralismus als Grundverunsicherung ab und widerspricht der Negativwertung des nationalen Mobilitätsbegriffs, das Grunde über den anderen Istmen wie den Kapitalismus oder den Militarismus ist. Der Clash der unterschätzlichen Sichtweisen wird in kaum einer Gerichtsentscheidung so deutlich in Bayern gegen Russland. Dabei ging es um die Anwendung eines russischen Gesetzes zum Schutz der Moral der Kinder, mit dem die Förderung von Homosexualität unterbunden werden sollte. Das russische Verfassungsgericht hatte das Gesetz als Verfassungskonsum akzeptiert und sich dabei auf die Notwendigkeit bezogen, ich zitiere, das Kind vor dem Einfluss von Informationen zu schützen, die Gesundheit oder Entwicklung schädigen können, insbesondere Informationen, die mit dem aggressiven Aufzwingen spezifischer Modelle sexuellen Verhaltens verbunden sind und die sozial akzeptierten Modelle von Familienbeziehungen verzerrt untergeben, Modelle, die dem moralischen, in der russischen Gesellschaft allgemein akzeptierten Wert entsprechen, so wie sie auch in der Verfassung und der Gesetzgebung zum Ausdruck kommen. Ende des Zitats. Muss ich das mal fassen? Diese Idee von Einheitlichkeit, dieser Idee setzt der EMDR sein Pluralismuskonzept entgegen und argumentiert gerade die Konfrontation der Kinder mit altkommenslichen Sichtweisen und damit mit Diversität, Gleichheit und Toleranz führen zum sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Warum streitet der Gerichtshof für eine pluralistische Gesellschaft? Warum ist Pluralismus so ein emphatisch gefeierter Wert? Die Idee ist, dass auch nur die Unterschiedlichkeit der Menschen und der Friedlichstaatlichkeit der Lebensformen das Streben nach Homogenität zwangsläufig zu übermäßigen Freiheitsbeschränkungen führen müssen, Kreativität unterbinden und eine auf einem offenen Dialog beruhende Weiterentwicklung in der Gesellschaft unmöglich machen. Aber das zeigt die gegenwärtige Diskussion. Es darf in der These gewarnt werden, dass diese Sicht, auch wenn sie noch so sehr in der menschweiligen Rechtsprechung verankert ist, nicht mehr allgemein geteilt wird. Pluralismus, Toleranz und Offenheit sind erlernte Werte, sie beruhig, wie auch geführt, aus Lehren aus der Geschichte. Auf der einen Sicht, dass die gegenteiligen Konzepte, Konformität, Intoleranz und Beschlossenheit, Vorbedingungen eben jenes Europa der Vergangenheit waren, von denen man sich zu distanzieren versucht. Ruflinien sind da. Für die weitere Entwicklung wird entscheiden sein, ob sie sich vertiefen oder ob sich die unterschiedlichen Konzeptionen wieder zusammenführen. Auch hier ist der EMRK eine gemischte Bilanz auszustellen. Sie hat es vermocht, die 47 wirklich unterschiedlichen Staaten in einer internationalen Organisation zusammenzuhalten. Aber sie konnte nicht verhindern, dass unter Verömerfläche Konflikte über Wertfragen wiederkommen. Gehören Menschenrechte zu kulturellen DNA-Europas? Oder sind sie eine efinale Menscherscheinung? Wie tief sind sie verankert? Wie unumkehrbar ist erreicht es? Wie erläutert stellen sich diese Fragen mit großer Dringlichkeit angesichts eines zunehmend kontroversen Diskurses über Menschenrechte in Europa. Diejenigen, die alle zentralen Fragen der Staat und der Gesellschaft auf der Grundlage der Menschenrechte in Europa stehen ihnen gegenüber, die dann einen gefährden, echten demokratischen Entscheidungen sehen. Die gemeinsamen Werteklammern, denen sich Westeuropa 1945 und West- und Osteuropa nach 1990 zusammenzuhalten versuchten, drohen, überstrapaziert zu werden. Unter der Oberfläche der vage und offen formulierten Konzepte von Freiheit, Gleichheit und Würde verbergen sich sehr unterschiedliche Modelle von politischer Kultur und gesellschaftlichem Zusammenleben, die zunehmend offen miteinander im Wettbewerb stehen. Umso mehr man akzeptiert, dass sich der Gehalt der Menschenrechte dynamisch ändert und auf dieser volativen Grundlage zentral der Fragen des Gemeinwesens entschieden wird, desto mehr bedeutet Definitionsmacht auf politische Macht. Europa von Bell mit seinen Staatengerichten, die sich der Politik der Nationalstaaten, wenn nötig, entgegenzustellen vermochten, war fast sieben Jahrzehnte erfolgreich und einzigartig und hat, ich habe es versucht zu zeigen, zur Herausforderung einer europäischen Identität beigetragen. Der Erfolg darf aber nicht verleiten, als menschenrechtlicher immer Rechthaber bedenken und geben Argumente als impertinent zu weisen, statt darauf eine Antwort zu geben. Letztlich ist die Grundspannung des Menschenrechtsmodells zwischen Universalismusanspruch und kontingente Anpassung und Freundentwicklung ist das, was in allen Debatten immer wieder aufbricht. Über Visionen und Grenzen des bewährten Modells gilt es daher, fortwährend nachzudenken, im allgemeinen und an den individuellen Verhandlungen. Die Antworten der Vergangenheit können, aber müssen nicht auch die Antworten der Gegenwart sein. Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit. Vielen Dank.